auch markus großzügig jahre und dann bauen man die Sandburg ab und zu geben sie mir in Form von glas das ist okay ähm und kräftet und kohlen aber den Boden machen wir auch auf Holz und zum unserem Haus ja ich brauche und und fliegen mit hauen ein ein und fliegen das Haus ist auch so geil und ich mache mir mal heißen guck hier auf der Umgebung der Kür Flieger ja und wo ist die hast du was er braucht machen beim Haus die steht da oben der Schilder nicht die Stilten von die Stilter auf und ich so auch jetzt was zu verfahren und das Leben und siehst du ich habe es jetzt in Ruhe ein Mann ich sehe so viel weg da kann man dann wirklich ein Duftschloss bauen hier ist so viel scheiße Führer und keine Scheine und da war dann scheiße auch mal nicht so Prozent die verdammten Schweine die verdammten Schweine ja das waren die Weißaufwand auch immer ich bin das nicht das guck ich aber kaum nur weil ich es gestern geguckt habe diese diskutieren über die Leiter des Spielmanns wer Minecraft spielt hat schon lange kein wie Leiter ich habe noch okay ich auch aber auch vielleicht hat sich ja vorhin gemeldet wenn sie sich gestern mitarbeiten mit Namen mein Wiegleich meldet sich immer dann ja da bin ich immer rein zufällig weg ich bin schon wieder wohl das letzte Mal wo wir aufgenommen haben war ich mindestens zweimal weg das war bei uns wie leidt ja ja muss scheißen nein auch mit solchen fekal ausdrücken sonst wird das Video noch gesperrt oder die Rolle das heißt das überhaupt was sie wird auch schon gesperrt bei dem Mitspieler da oh 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 ich nehme echt ab nächster Zeit mit meinen mit oh echt kann alles von der zwei Lieder die nicht von dir sind ja oh ja ist doch normal Internet wieso schwebt der Trick das sieht voll scheiße aus ja ja ich schwebt normalerweise ja und ich bin der Kaiser von China so anliegen da china hat den Kaiser hat es so nicht so und wortet man da ja dann schmeißt ein Sand gleich von den Ofen oh jetzt kommt ich meine ich hab jetzt mein Luftschloss ich kletter jetzt wieder nach oben und eben wird die da wieder ein ich mach die wieder gerade was muss geladen die Eben die Eben die Eben die Eben die Eben so und so wird aufbauen die Hälfte von 36 Prozent also Luftschloss ist ja an die ich bin nicht besser weil da kommen die Bord oder Kunder nicht auf da kommt so auch nicht drauf doch mit einer Leiter ja ja das riecht aber scheiße das ist voll und stylisch die Kripa kam auch so nicht hier hoch die Kripa kommen auch gar nicht an unser Haus und trotzdem sind die vor und auch auf die Klinik nein das warst du ich bin explodiert und trotzdem lebe ich noch das sind dann ihre Schwestern und Brüder guckst du viel auch mal so 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 du so 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 nicht nur steiner Abbau ich brauche ich habe ein wo auch auf die Form auf so ein bisschen die Führung der Städte auch gut weil sie es nicht gut stirbt hier hat man noch so braucht man nicht der Klinik wird nach oben machst du nur sachen die die ich sagen nichts zur gesellschaft quasi so ein Vermieter warte mal ich brauche eben noch die paar Steine ab und fülle Marco Gema Schweine suchen mein Abgas bei Schinken bekommen in der Klinik schon nicht umgehen haben wir in der Miene eine Cave ich habe schon Prozent Romand aus der Dunkel egal zum Glück kann ich gleich ein in der Gegend schlafen scheiße man ist noch ein Haus und ja ja ich bin die Sachen in denen sie essen uns die übten und Punkt wir haben schon ein Stück die Ebenen als Staube was man jetzt hoffentlich fällt die Kuh nicht hier kommt ein gut zu Recht die Stützgereicht wir gehen jetzt hin Marco zu mal das Schinken musst du ja mal über den Schinken zu tun in der Falle war alles das Problem wurden und ich bin nicht mehr zu lernen nicht in meinen Ofen kommt ein Max nachdem auch den Schinken in den Ofen gelegt hat legen wir uns schlafen damit schön alles verbrannt Prozent wieso ist die Hälfte irgendwo Prozent Prozent Liedermann in der Hälfte ist aber nicht durchsetzen Leute Bettchen Eifel zu spät und ich bin cool die Begründung und guck mal bei mir stehen noch die Sachen von Deinem Sauer vorhin und sind den guter Nacht und dritter Prozent und jetzt die ich mir aber kann man dieses Scheiß auch was 9 ja weil die Korrekte im Boden die Korrekte Uwe let's go to Hans schweine ja mal gewohnt und wo jetzt er vom Jahr er wird wichtig es wird abzuhauen ich gehe die Kürtel wieso haben wir nicht einfach alle dort noch scheiße man ich hab noch einer Teil Herzen ich bin auch mal erledigt und schlägt Nein so nicht ich sollte man nein so um nachher ab die Hälfte der Bespiegel und so ja da hat es doch oft dies voll ja wir haben die Städte in der Fahrrad meine Spiele auf normal glaube ich das kann man noch nicht einstellen auch schützt der Kuh-Kupperscheidung nun auch sucht lieber schwarze ich habe hier zufällig eine Mine gefunden ja ich suche doch Schafe ich brauche einen roten Pilz und ein und vor allem jetzt fehlt mir noch ein roter Pilz daraus kann man sich irgendwie eine Suppe machen er habe ich lieber Nein die ist ich ich habe nur noch eineinhalb Herzen ich habe 4 das war noch drei ja ich bin Marco du kannst auch sterben du hast ihn nur scheiße bei dir ich habe schwer doch ganz viel dann 2 6 egal ich habe Prozent flinnt ich habe Sticks ich habe gehört ich habe vier Feine ich habe ich greifen ich habe Eisenschaufel ich habe Eis mit 1 ich habe Eisenschwerd ich habe leitern ich habe wackeln Neuja ist okay ich bin ich so oft machen mit Stürzmann ja auch mach ich doch so dann wird es ansprechen wo es ist denn der Form jetzt wird weg ich bin gut du hast mich nicht gesehen mann und den Wachstum steht nach alten Lassen so ein Köln Prozent wir brauchen und auch ja ein Schwein bestehende noch ein das Schwein hatte kein Schinken und ein Schild wieso hat er in die Welt und wenn den Schinken war und gibt mir den und weiter Prozent Edo Körner von der Brunner die Gäste ja nicht mal die Suche dann wirst du doch den Schinken dann hol ich mir mal halt schwingen ein Hund ein Hund als er keine Knochen Prozent mit uns dann wieder die Helle der Töte nur Marco weil er ihn schlägt nein dann tötet er mich auch ich züchtige ich züchtige du vergewaltigst ihn alter da hallo und Schuss und haben auch mit nein ich will nicht sterben und so habe ich ich glaube ich komme ich will und und in der Stadt ich glaube ich finde nichts zu essen doch mal jetzt wollte ich schon unser fettes Haus anfangen und da aber muss was zu fressen ist doch gar nicht ich habe Klingel Klingel ich habe auch von Klingel von Mauer zu brauchst ja weil ich aufhalten wir haben auch gebrochen wird nicht ja aber dann wird er wenn du schon gleich sammeln stand dann ihn auch ja klar und weiter ich weiß es wird gleich dunkel und ich habe nichts zu fressen hier ist gleich dunkel was nicht